Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich Willkommen auf ein zweites Mal im wunderschönen Libanon. Freunde, es wird jetzt ganz einfach zum Friseur gegangen. Wir werden einen Friseurladen besuchen, den gerade Lukas spontan rausgesucht hat. Viel Spaß in diesem Video. Auf jeden Fall, hier haben wir das Barberschild und hier ist Salon E. Ashrafi. Unser erster Friseurbesuch im Libanon. How are you? A point. Appointment? Oh, sie sagt in einer Stunde. In einer Stunde? Oder, sollen sie machen? Ja. Okay, so the next appointment will be in one hour. Okay, one hour both of us. Yes. Okay. You're welcome. Okay. Thank you. See you soon. Bye bye. Also, appointment. Eine Stunde haben wir jetzt Zeit, die Zeit zu vertreiben und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Eine Stunde haben wir jetzt Zeit, einen besseren Barber zu finden, der uns gleich schneidet. Heute ist unser erster Off-Day. Wir befinden uns aktuell schon drei Tage hier. Es ist bis jetzt alles ziemlich gut gelaufen, oder? Was sagst du? Du bist zufrieden? Ich bin auch sehr zufrieden. Das Essen war bis jetzt deliziös. Vorköstlich, würde Lukas sagen. Stark. Für alle Leute, die das Spiced and Slice Video noch nicht gesehen haben, checkt das gerne ab. Bis wir beim Barber sind, in einer Stunde könnt ihr euch kurz das Video anschauen. So, jetzt leide ich in eure Dierenfläche. Ich habe dir fünf Euro geklaut. Ich habe dir fünf Euro geklaut. Ist mir noch egal. Kennst du Menschen, die diese Hütchenspieler in Paris und so? Weißt du, was das sind? Das sind richtige Beluga. Weißt du, wie viel ich auf meinem Konto habe? Nein. Zero. Wie nennst du eine Rechnung, die sehr einfach ist? Einfache Rechnung? Ich sage, die Rechnung ist Dimpel. Geht es raus aus dem Regal raus. Nach dem Sport bin ich richtig am Mars. Ungelogen, wir stehen in diesem Supermarkt und suchen nur nach Worten, wie wir irgendwelche lustigen Sätze bauen können. Kommst du mit heute? Wie du? This one is Pilota Schokoflex. Oh, stark. Okay, Dink. Ey, yo, stop flexing on me, yeah? Gehst du unter den Gleisen oder? Ober der Gine. Meine absolute Empfehlung für euch ist, wenn ihr irgendwo im Ausland seid und die findet, das hier sind die besten Chips der Welt. Fuego. Fuego. Die zwei Sachen haben wir uns auf jeden Fall gekauft. Einmal Skittles, three times bigger. Ich glaube, ich könnte ganz leicht sein. Und Lukas hat es für ein Kindheit-Ting gekauft. Ja, man hat es früher immer gezogen, weil dieses Kirsch schmeckt ziemlich geil. Dann hast du so einen Stick. Kennst du es überhaupt? Nee. Irgendwann in der Zeit meiner Kindheit gab es das irgendwann mal. Ich habe mir das für ein Jahr immer wieder gekauft. gekauft, ja. Und ich habe das seitdem nicht mehr gegessen, deswegen. Das sind so drei Abteile. Dann hast du hier so einen Lollipop. So eine eigene Firma, so gesagt, wo du so Laufband arbeitest. Dann wirbst du das da rein. Ja. Und was ist das nächste? Anderer Geschmack. Das ist orange und das andere ist Kirsche. Orange ist safe nicht gut. Ich sehe nicht so geil, wie ich es in Erinnerung habe. Auf jeden Fall werde ich es nicht probieren. Warum nicht? Wenn genau heute der Tag ist, wenn du diese Kette reißt, dann haben wir ein richtiges Problem. Bruder. Bruder. Ich habe mir mehr vorgestellt unter dreimal Bigger, sei ehrlich. Aber das ist geil. Wir sind alle Skittels in groß. Das ist wie wenn du fünf im Mund hast. Try that thing, yeah. Take the green one, fam. Aber ich hätte lieber zwei kleine als einen großen im Mund. Fünf große in dem Mund. Die kleinen sind besser. Eine Stunde später. Back at the barber. Hey, yo, cock aus, yeah? Yo, cock new. Party du und wenn es nicht ist, dann schneide ich nicht. Ey. Wir gehen die Steps einmal durch. Was machen wir als erstes, wenn wir Haare schneiden? Bilder zeigen, oder? Bilder zeigen, wichtig. I'm looking for a picture, man. Yes. Was ich schon mal gleich sagen kann, ist, der Laden sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr sauber. Jetzt zeigt Lukas ein Foto her. Okay, nice. Zero. Zero, yes, zero, zero, zero. But zero at the lowest level. Like, here and then you fade up. Jetzt schauen wir, wie der Bruder arbeitet. Tipps, die ich euch geben kann, wenn ihr zum Friseur geht, somit mache ich das immer so. Das sind einfach nur die Tipps, die ich selbst befolge, ist immer ein Foto parat und den Übergang so tief wie möglich machen. Erstmal. Und dann schaut ihr, ob das auch so passt. Okay, ich sehe jetzt schon mal einen Fehler, der ist katastrophal. Seht ihr jetzt hier zum Beispiel? Hier ist eine Kante. Das muss noch runder werden. Problem ist, Lukas sieht ganz schnell aus wie ein Lundenlatt, wenn der Fade zu hoch ist. Ich wollte ihn eigentlich jetzt mal ein bisschen höher haben, nur ein bisschen, aber ich glaube, er macht ihn eh höher. Das wird eh höher. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu experimentieren. Aber hey, du hast echt krasse Tipps für deine Zuschauer am Start. Also, dass du ein Bild zum Friseur mitbringen musst, wow. Weiter geht's mit den Tipps. Den Fade so tief wie möglich ansetzen lassen. Ihr könnt immer höher gehen. Ist es oben, dann ist es blöd, wenn er zu hoch ist. Ich persönlich mache meinen Fade ganz tief. Gerade mache ich gar keinen Fade. Ich werde auch heute nur hier einen leichten Fade machen. Ähm, Taper Fade. Und dann muss ich auch ganz ehrlich gestehen, was ist jetzt schon mit den Tipps? Jetzt kommen wir zum Faden, meine verehrten Zuschauer. Jupp. Und persönlich, wenn ihr mal Bock darauf habt, dass Lukas vielleicht mir die Haare schneidet oder ich Lukas, weil wir sind beide davon überzeugt, dass wir es können, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Was sagt dein Gefühl? Ja, auf jeden Fall zu hoch. Aber ich glaube, es wird trotzdem einigermaßen färsch werden. Wenn das so verschiedene Arten von meinem Friseur, wenn sie den Fade setzt, dann weiß ich, der wird nicht viel höher. Aber bei ihm, er setzt ihn schon ziemlich hoch an und die Art und Weise, wie er schneidet, führt dann noch dazu, dass alles noch höher wird. Ja, ja, ja. Deswegen immer, wie du auch schon gesagt hast, immer besser sagen, tiefer, 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 weil am Ende wird es sowieso zu hoch. Und wovon man halt natürlich auch ausgehen muss, ist, wenn man seinen eigenen Friseur hat, okay, und bei dem immer geht, der merkt sich irgendwann, was du willst. Deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, seinen festen Friseur zu haben. Natürlich, aufgrund der Reisen, die wir antreten, ist es immer sehr, sehr schwer. Aber zu Hause versuchen wir natürlich immer zum Gleichen zu gehen. Ich habe bis jetzt in Wien noch keinen, aber ich werde noch einen suchen. Deswegen an alle Friseure in Wien, meldet euch bei mir. Also ganz kurz für uns hier als Zuschauer. Sieht super aus, oder? Schau dir mal das an. Maschallah. Schöner Junge. Es wird nur hier. Und hier, hier, keine Faden, keine Faden, nur eine Linie, nur ein清 safer. pavement. Hier, keine Faden. Hier nicht Faden. Kochen? Nein, hier etwa. hier faden ein wenig, schon ein wenig. phenomen solo diese Teilen. Hier, hier hinten und hier hinten. Die Faden machen wir einfach eine Flan zu lassen. Noe MUSIC. Faden hier ein wenig. Nicht auf dem Boden travelers. Und hier? Ja. Und hier? Ja. Und hier? All fade? Nein, hier fade. Gleich, gleich, gleich. Ja, ja. Nicht asymmetrisch. Symmetrisch. Nur symmetrisch. Ich bin ein bisschen nervös. Aber der Bruder hat bei Lukas schon sehr, sehr gut geschnitten. Was ist dein Name? Toni. Willkommen. Toni Montana. Danke. Toni Banderas. Toni Banderas. Antonio Banderas. Antonio. Antonio. Der Kittel kommt rum. Deep fade or... It's okay. Zero? Or one? Hier? Yes. Deep fade or not? Not deep. And if I want zero, we make zero. Normal one. Yes. Er hat auch extra Geräte, wo die ganzen Kämme, die ganzen Maschinen alle desinfiziert sind. Also arbeitet sehr sauber. Ich bin auch einer, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit, wie Friseure schneiden. Und jeder hat immer so ein bisschen seine Art, wie er alles macht. Aber ich finde seine Technik eigentlich schon ziemlich sauber. In diesem Fall nicht. Aber schauen wir mal, wie der Fade jetzt wird. Ich mache auf jeden Fall einen Taper Fade, ohne hinten zu faden. Ich hätte mir jetzt einfach so einen Square hier reingeschnitten, falls man ihn sieht. Und er arbeitet viel mit der Schere. Bei meinen robusten Haaren ist es auf jeden Fall okay. Ich will ihn auch nicht stellen mit der Kamera. Lukas ist desinfekting ihn. Falls ihr jetzt hier sehen könnt, er hat einfach so einen Square reingeschnitten. Das wird jetzt interessant. Ich will nichts zu früh sagen. Aber ich denke, es könnte gut werden. Ich bin guter Dinge. Ich habe jetzt mal keinen Zero gemacht, damit ich auch direkt... Wie heißt das? No tuning. Nothing. Nothing. I let it grow. I want my curls back. Curly hair, you know? Okay. Hinten lasse ich einfach nur die Linien sauber machen, weil ich will meine Haare wieder wachsen lassen. Ich habe keine Lust mehr auf kurze Haare. Ich habe eigentlich sehr schöne Locken. Früher, als ich jung war, habe ich viele Komplimente gekriegt für meine Locken. Die Komplimente möchte ich wieder haben. So eine Maschine ist auf jeden Fall sehr scharf. Auch sehr wichtig, dass eine Maschine nicht zu scharf ist meiner Meinung nach. Jetzt macht er hinten die Linie sauber. Sieht es gut aus hinten? Sieht gerade aus. Perfekt. Curly fella. Was sagst du bei den Seiten? Dieser Tape ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch? Und der Übergang ist halt noch nicht so schön. Das sieht ein bisschen unsauber aus. Aber es ist auf jeden Fall... Ich hoffe, er macht es noch sauberer. Aber es kann böse geil aussehen. Okay, back is good, yes. Aber er ist noch nicht fertig, oder? Ich sehe aus wie so ein Typ mit Bokorila gerade, oder? Nein, das ist nicht das, aber er hat den... Okay, Sir. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt ihm nur sagen soll. Das ist ein bisschen unsauber. Zeigt mal die Leute noch. Aber ich will nichts Falsches sagen. Sag mir mal erst mal. Was ist denn nicht gut? Ist er sauberer jetzt? Ja, jetzt ist er sauberer auf jeden Fall. Jetzt ist es besser. Okay. Soll er hier auf Null auch faden runter? Soll er ein bisschen Zero machen? Ja, ich würde schon... Randy wird ein Redneck. Randy Redneck. Yes, better, better, better. Okay. Okay. Ich lasse es lieber, gell? Okay. Okay. Passt es jetzt. Schau mal an, ob alles sauber ist. Zumindest was sauber sein muss. Hier oben, ja. Egal, egal. Das würde ich selber machen. Aber... No zero. No zero. Ja, jetzt ist es schon besser. That's better. Grüße gehen raus an meinem Friseur in München. Wir sehen uns bald. Sieht gut aus? Ja, jetzt schon. Ja, jetzt geht's. Das ist eine 3 von 10. Das geht wirklich. Ist okay? Ja, ja. Perfekt. Das ist wirklich gut. Sieht schon noch gut aus. Ja. Ja. Du weißt, du kennst mich, gell? Du weißt. Nein, nein, es geht wirklich. Also es geht wirklich. Ich schwitze, Bruder. Wie als wäre ich in deiner Sauna gewesen. Okay, sorry. Danke. Okay, Sir. Jo, willkommen. Groß geht raus. Es sieht echt nicht aus. Ich weiß eh. Aber der Feld hätte besser sein können. Aber wenn du jetzt, also für die Zukunft gesehen, den Taper, den du haben willst, willst du hinten auch nicht tapern, oder? Dann wirst du nur da machen. Okay, geil. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Es hat so ein bisschen diesen Irokesen-Effekt, aber im Modernen. Ich weiß nicht, ob es gut aussehen wird, aber wir werden es rausfinden. Welcome. Thank you. Du musst ihn auf jeden Fall aber kleiner machen, diesen Taper. Was denkt er sich jetzt gerade? Ja. Okay. Not spread. Shokra. Habibi. Thank you. Bye guys. You are welcome. Thank you. Bye bye. Have a good day. Nice to meet you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Take them skills. Hatten wir nicht irgendwas? Hab ich. Take care. You too. Boah, sah jetzt ein bisschen kalt aus draußen. Über deinen Schnitt? Zufrieden? Machen wir es mal so, ich bewerte deinen Schnitt, du bewertest meinen und dann sagt jeder noch seine eigenen Worte dazu. Dein Schnitt, bin ich ehrlich, ich hätte gedacht, es wird eine 7 oder eine 6. Ich würde dem ganzen Outline und so haben wir nicht machen lassen, ja? Mhm. Aber was er gemacht hat, wie schnell er es gemacht hat, würde ich eine 8,2 geben. Locker. Mein Schnitt? Rechnen wir ja nicht mit ein, diese Lines und so. Ja, ja, ja. Ja, eine 6. Okay. Ja, ich würde dem ganzen, also meinem Schnitt würde ich auch so eine 5,56 geben. Die andere Sache ist, okay, ich bin mir auch sicher, der Bruder hat noch nichts von dem Taper-Fate gehört und so. Ja, ja. Muss man ihm lassen. Aber ich bewerte den Fate und der Fate ist jetzt auch nicht so krass, ist jetzt wirklich nicht so gut geworden. Meine Haare zu schneiden ist eh auch nochmal ein bisschen schwerer. Auf jeden Fall, das war es eigentlich auch mit dem Vlog so. Was ich auf jeden Fall sagen will, geht einfach mal zum Friseur im Ausland so. Das ist eine geile Erfahrung. Das ist eine coole Erfahrung so. Meine Haare sind mir auch heilig, mein Aussehen, mein Bart ist mir auch heilig. Wie oft bin ich schon in Vietnam oder irgendwo zum Friseur gegangen und du bist halt mit einem 7 von 10 Haarschnitt raus, hast halt so einen kleinen Schnitzer drin, das kann passieren. Natürlich suchen wir auch lange und suchen trotzdem versuchen den besten Friseur zu finden an der Stelle, wo wir gerade sind. Das hier war jetzt wirklich eine 5 Minuten Sache. Wir haben gesucht und sind einfach hergekommen. Da vorne waren wir gerade schon warm essen. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Hey yo, why die geht's wie Vin Diesel? Vin Me Up. Bin Diesel Me Up. Ja, ich habe Vin Diesel Me Up, ja? Okay.